Kennst du Bern? Wenn nicht, dann komm doch auch mit am 14. November! Wir machen einen Ausflug in unsere Hauptstadt Bern mit Seissing-Tour durch die Altstadt, Führung durchs Bundeshaus, Lädchen, Bären, Graben, Käferle, Aperon, Mittagessen und zum grossen Finale eine grosse Leitshow am Bundeshaus. Einfach ein gemütlicher und informativer Tag in Bern. Und es hat noch ein paar Plätze für schnell entschlossen. Anmeldeschluss ist am 20. Oktober, also bereit. Weitere Infos findest du unter www.eventimento.ch Wir freuen uns auf euch! Wir freuen uns auf euch! Wir freuen uns auf euch!